Wenn du das Video bis zum Schluss hast, dann wirst du den Weg von der Zeichnung bis zum fertigen Gericht am Teller miterleben. Also, bis morgen! So, wir fangen jetzt an, dass wir den Schweinerücken machen. Das Wichtigste, bevor wir irgendwas machen, ist, dass ich gleich einmal ein Gemüse herrichte. Dieses Gemüse ist mein Röstgemüse, weil beim Ansetzen, beim Zerleben des Schweins entsteht mir viel Knochen- und Perürenmaterial. Und dieses Material, deswegen habe ich mir vorher den großen Topf reingestellt, das tue ich mir gleich auf Blech verteilt. Siehst du, grob geschnitten, mit ein bisschen Öl, nicht zu viel, weil das baue ich dann später, das möchte ich dann später wieder raushauen. Aber nur damit die Röstung ein wenig schöner erfolgt, will man das jetzt im Rohr bei 170 Grad einmal so eine halbe Stunde vorröstern. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!